Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge von Paradise und wir sind natürlich wieder hier mit unserem Zombie Zombie Ja, er ist wieder mein Dom Oh yummy Und wir müssen, waren ja auf der anderen Seite Hier müssen wir jetzt rein Sind wir wieder hier drin Das kann ich nicht wissen Okay Und wir müssen durch Suche des Einkaufstempera nach getrunkenem Essen Oh yummy Okay, gehen wir mal wieder zurück Zum Lager So, hallo Kein Problem Jetzt muss ich Suche Autoteile Ah, ich muss dahin da Okay Ach genau Und da waren wir ja stehen geblieben Ja, das funktioniert Das ist die beste Variante, um sie zu töten alle So Jetzt nehme ich mit Okay Okay, bevor wir da reingehen, mache ich, zerlege ich noch die ganzen Waffen Durch Durch Ja So, jetzt haben wir ein Problem Ne, den Flammenwerfer behalten Unbedingt Der ist cool So Den ganzen Rest kann man wegwerfen Gut, geh mal rein Um Autoteile Wo sind wir denn Im Golfcenter Das ist ja nachts Habe ich Hier muss man taktisch vorgehen Ruhebereich Okay Der Ruhebereich Eine Dose Dosen sind ja praktisch Das haben wir ja gelernt Oh, das merke ich Die sind höheres Level Das wäre cool, wenn der Zombie auch sein Licht aktivieren könnte Ja, Mama Mach ich es einfach so Ich flamme mich einfach doll So Zack Na, da kommt jetzt ein Außer wenn da eine Horde kommt Wie hier Töte ihn Was für ein Ort, Alter Das soll ein Golfcenter sein Ne, ich soll zum Golfcenter gehen Ich bin hier immer noch in einer Mall Anscheinend Okay Na, es geht So snipen Manche halten ein bisschen mehr aus Die anderen ein bisschen weniger Gut, hier ist der Ausgang Wir haben es geschafft Okay, wir sind anscheinend in einer neuen Stadt Doos und Klebeband Dankeschön Wertvolle Dinge Es macht mehr Sinn, sich hier durchzumetteln Es macht mehr Sinn, sich hier durchzumetteln Wir sind aber bald da Wenn ich das schon sehe Davon Ich schieße die alle eins hinweg Digga, what? Ich komme hier gar nicht durch Hier ist eine unsichtbare Wand Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Digga, ich hänge hier fest, Alter Digga, Alter Was ist das jetzt? Warum hänge ich hier fest? Digga, what? Nee, Digga Ja, Digga, wie komme ich hier wieder raus? Das ist so bullshitmäßig Man muss halt mit nerven Ey, Alter Ich hasse das so sehr Ich weiß wie Greif mich an Ja, er soll mich jetzt töten, der Zombie Dann spawne ich einfach wie Anscheinend ist das hier ein Bug Oder was soll das sein? Kein Scheiß Das ist so dumm, Alter Wenn jetzt die ganzen Autos In der Nähe Ja, genau, ich spawn hier Du hast 16.000 XP verloren Ja, nur weil es ein Schmutz-Bug ist, Alter Ey, solche Nur weil es ein Schmutz-Bug Warte, ich gehe hier nochmal raus Hier sagt er mir Ich soll wieder hier rüber Zu ihnen Ja, das heißt hier rein Weil hier gibt es ja sonst keinen anderen Ausgang Hm 1.000 Ah, es geht nur hier lang Ich muss mir meinen Hackerhelm Erstellen Fangen Digga, was ist denn das hier? Scheiß, Digga Wie soll ich hier zurückkommen? Ja, schöner Bugspiel Kein Witz So ein dummer Bug, Alter Schämt euch für dieses Spiel Muss ich mich wieder umbringen, Digga Dann spawn ich aber diesmal im Camp Es ist so ein dummer Bug, Digga Einfach eine zwei unsichtbare Barriere gebaut haben sie Wem wollt ihr flexen, Digga? Ich kann nicht mal die Zombies auf der anderen Seite töten Im Camp Diesmal spawn ich im Camp Ja, Freunde Ja, Freunde, ich würde mal sagen Das war's mit der Folge hier Wir übergeben die Autoteile in der nächsten Folge einfach Hoffentlich hat euch diese Folge auch wieder gefallen Zeigt mir ein Like, ein Abo, einen Kommentar Ich würde mich ganz sehr freuen Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder Und ciao Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge Wir sehen uns schon immer wieder auf der nächsten Folge Bis zum nächsten Mal